Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Server Games. Heute spielen wir wieder ein paar kleine Test-Mini-Spiele von dem Arcade-Modus in Hypixel, weil da habe ich nicht so viel gemacht vom Prinz hier. Ich habe mir noch nicht so viel angeguckt und deswegen machen wir das jetzt und dann sehen wir uns gleich mal im ersten Spiel. So, das erste was wir spielen ist Prop Hunt, nur in einer anderen Variante und zwar sind wir Items. Richtig nice. Ich bin der Hake, ich will aber eine Spitzhacke sein. Spitzhacke sind cooler. Da, oder ein Ei oder ein Dierschwert, guck mal. Ich bin Dierschwert. Oh, ich bin sehr auffällig. Auf wieder hoch. Okay, mich hat keiner gesehen, aber es gibt nämlich hier einen wiesentrick. Ich weiß nicht, ich glaube ich habe das schon mal irgendwann mal gespielt. Man kann es nämlich hier so reinstellen und dann sieht man das ganz wenig nur noch rausgucken. Aber ich glaube das machen die mal. Oh gut. So, mal gucken ob das so passt. Kann ich nochmal? Ne. Sehe ich irgendwie, ob es anderes noch. Kann man auch ein Block sein? Ah, tatsache. Oh noi. Gut, hier gibt es einen Block, ne. Oh, da bin ich jetzt. Jetzt bin ich Block. Bin ich Mr. Block. Voll cool. Oh oh. Äh. Sieht man nicht? Ah, die sind da hinten. Okay, gut. Time left. Okay, wir müssen jetzt, äh, 4 Minuten überleben. Aber hier geht es wirklich ums Verstecken. Nicht so wie in der letzten Folge, wo wir die Leute auch töten müssen. Oh Gott. Ja okay, sie ist runter. Gefallen. Ja, ob sie jetzt wirklich runtergefallen ist oder ob sie leider runtergegangen ist, das weiß man nicht. Oh shit. Ja, sie, äh, die hat mich von, die hat, die hat, die hat mir, die hat, sie hat mich umgangen. Die ist einfach plötzlich hinter mir aufgetaucht. Du Monster. Hä, wie ist die da hochgekommen? Die hat mich ausgetrickst. Ach, die ist hier unten hochgelaufen, oder? Ne, ach, hier beim Crafting Table, ah lol. Ja, na gut, man hat auch eine eingeschränkte Sicht, ohne dass man sich so bewegt. Ja, warte, ich, hier war doch grad jemand. Warte, da ist auch jemand hier oben. Da! Aha, wir haben gewonnen. Natürlich. GG. Da kriegt man Karma-Punkte, das ist richtig cool. Ich weiß nicht, wie man das macht. Wahrscheinlich gibt es da irgendjemanden oder irgendeinen Bot, der irgendwie dann den Chat nicht beobachtet. Und wenn da jemand GG reinschreibt, kriegt der Typ dann halt einen Karma-Punkt dazu, oder 5. Ja, gut, das hat auch irgendwie so Aspekte ein bisschen blöd. Das ist immer wieder neu lädt und wieder entlädt. Und jetzt hat es rausgenommen, jetzt ist es wieder drin. Das ist irgendwie noch ein bisschen... Äh, nicht so toll. Auf jeden Fall, äh, ich spiele noch mal eine Runde und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn's losgeht. Okay, ich bin wieder Heider. Komm, jetzt muss ich mich wieder gut verstecken können. Los, komm, hier drüben. Ich geh jetzt mal hier hin. Weil hier liegt ganz viel Werkzeug rum. Ich bin... Ach, glaub ich bin Crafting Team. Ich will eine Spitzhacke sein. Gut, Alter, Minecraft ist Spitzhacke. Das ist doch gut, es ist ja auch so oft rumzustehen. Das ist doch mal eine Spitzhacke. Mann, das ist so drehen, ist so kacke. Weil, wenn ich mich drehe, dann zieh ich mich wieder. Wo sollt ihr jetzt vielleicht abhauen? Was weiß ich, ich lauf einfach weg. Äh, äh. Wo ist der? Typ, der suchen muss. Jetzt eigentlich noch weiter höher, irgendwie. Da drüben. Lol, nein, sag ich, der ist AFK. Nein, ist nicht AFK, ist nicht AFK, ist nicht AFK. Lol, lol, lol. Lampfe rein. Ja, oh mein Gott. Wie ich jetzt stehe, ist sowas von unfair. Das sieht man eigentlich gar nicht. Na gut, schon, aber... Ich stehe so krass im Block drinnen. Oh nein, da ist wieder diese komische, die mich vorhin getötet hat. Wie hieß die, äh? Oh, ich bin der Letzte, ich jetzt. Willow. Hm. Ich bin der Letzte Überlebende. Oh, das geht ganz schön schräg. Na gut, die Lobby war diesmal nicht so voll. Als ob die mich jetzt alles suchen, oh Gott. Nein, wehe. Wenn's wieder die gleiche ist. Nein, ja, geh weg, geh weg, geh weg, 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 weg. Lol, die können mich nicht schlagen. Als ob. Ich bewege mich nicht. Lol. Die können mich nicht schlagen, die treffen mich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bleib so stehen. Ist total unfair, aber die treffen mich nicht. Doch, sie treffen mich. Okay, gut. Wow. 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 Dann war die einfach nur dumm. Naja, woher wusste der, der wusste instant wo ich bin? Ah ne, warte, es sind noch zwei, die leben. Ach lel. Okay. Gut. Dann bin ich dumm. Äh, gibt's hier irgendwie einen Weg, wie man nach oben kommt? Also ganz nach oben. Dieses TT, vielleicht kann man das anzünden. Da knallt hier alles. Gibt's Feuerwerk in der Bude hier. Warte mal, hier gibt's ein Förderband. Das Förderband, das... Ah, drüben geht's hoch. Ne, oder, oder, oder? Seekerswing. Ne, man kommt hier nicht hoch. Es gibt keinen Weg nach hier oben, oder? Ne. Scheint so. Da ist wieder diese... Ach. Okay, gut, dann lassen wir was anderes spielen. Mal gucken, was es noch so gibt. Okay, jetzt schwimmen wir eine kleine Runde Creeper-Attack. Mal gucken, was wir hier machen müssen. Wahrscheinlich müssen wir einfach aufpassen, dass hier keine Creeper kommen, ne? Oder wie läuft das hier? Ich hab das noch nicht gespielt. Ja, doch. Tatsache. Hab ich... Ich hab Infinity, ne? Ja. Na gut. Achso, die... Ach, wir müssen ein Villager! Ah! Oh, dann kann ich was bei dem... Oh, ich kann was bei dem kaufen. Aha. Interessant. Achso, dann kommen jetzt die Wellen. Ey, Kumpel. Lass mir mal einen Creeper bitte. Kaja, gib mir Geld. Hab ich Geld? Nein, das ist ein Zombie. Gott, da. Wir spawnen. ides. Killed Kann ich auf ihm Körschön Nein, mein Creeper Mann Oh, Ice Golem Nein Ah, das ist ein Bossentscheid Uh, bin gleich tot Bin gleich tot Ich bin tot Ich hab 72 Coins verloren Nein Nein Stehen bleiben, Mr. Golem Oh Gott, geh weg, geh weg Geh weg, geh weg, geh weg Ich weiß was, ich geh jetzt auf den drauf Nein, ich will kein Geld verlieren, lass mich Ja Oh, der kreift, der kreift seinen Kumpel an Weil es der natürlicher, beziehungsweise der Eis Alter Junge als ob der Der Skolim, äh, greift natürlich den Typen Als ob Kann ich Ah, geil Oh nein Oh nein Als ob Oh mein Gott, war das knapp Mann, ich hab kein Geld, ich bin arm Weil der oben ist Weil der oben ist Skelett Das kann, geh weg, das ist ein Babyzombie Pikmin Pikmin Kuiper Oh man Derry back in the mine Die Das war doch voll krass Als dieser, 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 äh Diese Musik so grad im Trend war Dieses, dieses Meme Eigentlich Na Geh Weg Von Mir Du Blöder Zombie Du Jetzt hat er mir den Kill geklaut, die klauen immer die Kills Ich geh jetzt auf den Dumpen Creeper drauf Gebt mir mein Geld Natürlich hab ich den Kill nicht geklaut Oder doch, ich hab 200 Das ist wahrscheinlich gar nix Soll das Hygienium mit den Ravers Toplayer ist elf Wie Killt hab ich? Creeper ist left Nein, der Charger Creeper Geh weg Nein, das ist der Villager Sonst hätte ich mich vor den Villager geworfen zur Not So als Retter In der Not Oh shit Warum geht der nicht immer auf mich? Du Blöder Eisen Golem Ich mag die ja eigentlich, aber Wenn die mir so kommen, dann nicht Ist so cool mit der neuen Textur, die die da haben, wenn die angebrochen sind Leute, Junge, der hebt seine Arme ja richtig schnell Oh shit Oh, geh weg Nein, gib mir Geld Alter, 500 Erstmal Leben Amor Alter, ist das Zeug teuer Power up Ne, ich warte mit der Heilung mal Ich regeneriere von selber Alter, wie stark ich jetzt bin Krass Ich brauche nur zwei Hits für die Viecher Ich brauche nur zwei Hits für die Viecher Wow, Alter Das explodiert nicht so krass Ich laufe hier einfach instinktiv rein Ich habe kein Geld, ich habe einfach... Oh, da Der ist down Komm schon, ich mache dich platt Ich werde den Baby-Zombie Ja, ha Man kann ja nämlich Heiltränke auf die Gegner Werfecht ist dafür gut Ich glaube, man soll die Heiltränke benutzen, um die da reinzuwerfen Und die Zombies Und sich nicht selber heilen, oder? Ach, keine Ahnung, man kann sie für beides nutzen Komm, gib mir Geld Oh Kann ich mir noch irgendwas... Da noch eine Heilung Ist immer ganz gut, dass die eine Bombe Schlägt die eine Bombe ein Ha, ha, ha Erste Wow Geh weg Du kleiner Äh Ich hab grad Regrenations-Buff Lol Oh nein, da kommt der Vater Da Creeper Geh weg Lass den Villager in Ruhe Oh nein, der hat nur noch 80 Health Oh nein, kann man den heilen? Ich glaube nämlich nicht Oh nee Creeper Attack Geh weg Geh weg Geht weg Geht weg Niemand mag euch Na, Creeper Die Charge Die Charge Schreeper sehen eigentlich so cool aus, ne? Ich mag die voll Nein, lass den Okay, immer noch 80 Leben Oh Junge 400 Coins Ich spar jetzt mal für Trader Arrows Ähm... Na gut Oh shit, Junge Warte Warte, den hole ich mir Komm her Schlage ich ihn überhaupt? Ja, bleib immer noch weit auf den gefokust, ich schlag den von hinten, okay? Gut Nein Nein, der kriegt keinen Schaden Komm, komm, du willst doch einen Partikel-Effekt Los Alter Alter, das sind jetzt zwei? Nein, meiner Nein, mein Geld Oh Gott Oh shit, ich hab gleich Geld, ich bin tot Ich hab 115 Coins verloren, jaaa Schnell respawn Was? Nein, ich will mich nicht schimpulieren Leute Gut, der Trader hat immer noch 80 Elf Weißt du, dass ich immer so ne... Hier Alter, das wird immer teurer Los, komm schon Gib mir Geld Ich hab gar kein Geld mehr, ich bin arm Ich bin... Als ob die haben sich schon alle Eisen... Oh Gott, wie toll ist ne Eisenrüstung? 600, okay gut, ich spare jetzt Jetzt spare ich wirklich Nein! Ich spare, hab ich gesagt Ich spare und ich bin... Geh weg, geh weg Geh weg Nein, der Creeper, er kommt näher 30 HP hat er nur noch Als ob Geht weg Oh Gott, sind hier viele Ich bin gleich wieder tot, oder? Geh weg Wow Er ist tot Nein, der Villager ist... Nein Oh, armer Villager Okay, gut, das war's jetzt mit der heutigen Folge Ich hoffe, es hat euch gefallen Und da drüben ist ein Zombie Oh Gott, jetzt sind viele Zombies Äh, lass mich in Ruhe Gut Ey, geh weg Zombie Na gut, ich werd grad von Zombie verfolgt Ich hoffe, es hat euch gefallen Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal Bis dahin, Leute Was bist du denn? Okay, gut, bis dahin und... Tschüss Mit uns Junge Und dann do das Bomks Und dann